einen wunderschönen guten tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf unserem youtube-kanal freizeitparkfriends schön dass ihr wieder alle mit dabei seid und ja ihr habt es im titel schon gelesen heute gibt es wieder ein neues baustellenupdate aus dem moviepark germany der moviepark hat nämlich acht neue bilder auf seinem instagram kanal veröffentlicht und über die wollen wir heute reden es gibt einige bilder die alte spekulationen von mir bestätigen beziehungsweise einen hinweis darauf geben dass die wahr sein könnten und ich möchte noch mal mit euch über ein zwei bilder vom letzten mal reden da sind mir nämlich noch ein zwei sachen aufgefallen ja die ich im letzten video noch nicht angesprochen habe bevor es aber losgeht wenn ihr nichts verpassen wollt dann lasst dem kanal natürlich gerne ein abo da das ist mittlerweile glaube ich schon das zehnte oder elfte update vom moviepark germany also da wird es regelmäßig auch noch weitergehen bis zur eröffnung dann und lasst natürlich auch gerne daumen nach oben da wenn euch das video gefällt jetzt wollen wir direkt anfangen und zwar möchte ich anfangen mit einem bild vom letzten mal im letzten update haben wir ja über den neuen wasserturm gesprochen beziehungsweise über die ganze szene die mit dem wasserturm entsteht und da sind mit zwei sachen erst im nachhinein aufgefallen und zwar können wir unten links an dem wasserturm noch zwei kameras erkennen die wahrscheinlich die fotostation darstellen sollen also hier an dieser stelle wird dann wahrscheinlich das foto das online foto geschossen werden also kurz bevor man durch diesen wasserturm durchfährt ich finde das ganz gut weil es draußen ist das heißt die belichtung wird auch gut sein und da wird auf jeden fall das ein oder andere schöne foto entstehen das zweite was mir noch aufgefallen ist das könnt ihr hier im nächsten bild noch mal deutlicher sehen dass hinten auf der schiene wenn man wieder rein fährt in die halle ja so holzpaletten verlegt wurden auf der schiene selber also man fährt ja dann in die halle wieder rein das könnt ihr da hinten ganz gut sehen und kurz davor sind noch so holzstreben holzplatten auf der schiene verlegt worden es kann gut sein dass es mit der szene zu tun hat die die abspielt mit dem lkw und dem wasserturm da haben wir im letzten video darüber gesprochen wenn ihr das noch nicht gesehen habt dann schaut euch das gerne an aber das könnte auf jeden fall sehr sehr gut mit dieser szene zusammenhängen und ich kann mir gut vorstellen dass da wie gesagt irgendwas passiert aber wie gesagt mehr dazu haben wir im letzten video schon gesagt kommen wir dann jetzt zu den neuen bildern und anfangen möchte ich gerne mit diesem bild denn dazu habe ich einiges zu erzählen und zwar könnt ihr hier auf dem bild ja zwei stein statuen sehen so ein bisschen maya angehaucht und unten im bild könnt ihr noch eine kamera erkennen die ist jetzt leider hier ein bisschen abgeschnitten weil ich das ganze ja immer so ein bisschen ran so muss damit auch im richtigen format für youtube ist aber diese kamera diese maya statuen und rechts oben auf der rechten maya statue ist noch so ein kleiner affe und wer sich erinnert wir hatten in einem video schon mal angesprochen dass king kong eventuell in die achterbahn reinkommen könnte und dazu hatte der moviepark germany selber ja auch schon geäußert unter einem post auf instagram und zwar hatten die ja geschrieben einzelne requisiten warten schon auf ihren einsatz und ein ganz großer der hollywood filmgeschichte hat auch schon seinen platz bezogen wenn wir uns dazu jetzt noch mal dieses bild hier angucken bei king kong bei dem originalfilm da geht es ja tatsächlich darum dass die zu einer insel fahren und dann sind diese eingeborenen da und das ist ja auch so ein bisschen maya technisch angehaucht alles und king kong kommt ja dann auch und das würde halt super gut passen allein auch wegen der kamera weil es geht darum dass der typ fährt ja dahin um king kong zu filmen und da würde die kamera halt auch sinn machen der affe oben rechts ist auch noch mal ein indiz dafür und diese maya statuen passen halt auch sehr gut zu der insel wo die wirklich hinfahren also das ist wie gesagt ein indiz für mich wo ich sagen würde das könnte auf jeden fall stimmen vor allem im hinblick darauf dass der moviepark geschrieben hat ein ganz großer der hollywood filmgeschichte hat auch schon seinen platz bezogen und das wäre einfach mal ja richtig richtig cool also ich würde mich da mega darüber freuen bei king kong ist jetzt auch kein kleiner und das wird dann auch mit sicherheit ein sehr großer animatronics sein die spekulation dass der vom phantasien rübergekommen ist möchte ich ja auch noch nicht ganz ausschließen da gibt es ja die hollywood tour und die hat ja mittlerweile zu und ich kann mir gut vorstellen dass der king kong vom phantasien in den moviepark rüberkommt es kann aber auch sein dass halt ein ganz neuer king kong animatronic da reinkommt das jetzt zu dem bild machen wir weiter mit dem nächsten bitte könnt ihr mal eine szene sehen die man durchfährt das musste ich auch wieder ein bisschen abschneiden oben steht eigentlich noch studio acht dran also dass man quasi in so ein studio in seine szene rein fährt ja was kann man hier erkennen wir können hier ja quasi eine stadt sehen eine straße rechts steht ein altes oldtimer auto daneben sind einige läden das ganze sieht relativ heruntergekommen aus wir können links noch ein rotes auto sehen sieht man nach einem sportwagen aus der noch in einer kiste steht ich bin fest davon überzeugt dass der dieser kiste nicht stehen bleibt was für mich noch ein indiz ist worauf ich noch eingehen wollte dass oben ja eine brücke ist und ich kann mir gut vorstellen dass irgendwas mit der brücke passiert ich weiß nicht ob das auto auf die brücke kommt darüber fährt wir haben auf jeden fall an der rechten seite von der brücke noch ein greenscreen das könnte auch ganz gut sehen auf dem bild wer weiß was damit noch passiert alle spekulationen ich könnte mir vorstellen dass das auto irgendwie darüber fährt über die brücke oder sowas und dann irgendwas passiert der greenscreen ist ja auch nicht ohne grund da also ich bin gespannt was da noch passiert wir hatten ja auch schon die film rollen angesprochen die sich in der neuen achtermann befinden werden und die sind ja aus den gremlins aus dem alten gremlins reihe darüber hatten wir auch schon gesprochen im anderen update verlinke ich euch auch oben und hier kann man die film noch mal vor ein bisschen näher sehen und ihr könnt sehen da steht einige filmnamen drauf unter anderem haben wir oben links x-men 2 stehen da rechts daneben steht extended version unter der filmrolle darunter unten weiter unten steht dann little sea creature 2 und shark storm 1 ob das ganze jetzt wirklich mit der achterbahn zu tun hat oder einfach nur zufall ist dass der moviepark genau diese filmrollen fotografiert hat das kann ich euch natürlich nicht sagen aber ich stelle mir das sehr schwierig vor shark storm und the little sea creature ja in so eine achterbahn einzubauen das sind ja jetzt auch nicht filme die wirklich berühmt sind für hollywood im nächsten foto können wir noch ein park sehen der hat schon wieder ein bisschen mehr mit hollywood zu tun den kann man auch nicht ganz so gut erkennen aber ganz unten nämlich steht auf der filmrolle jurassic park drauf und wir haben ja jetzt schon king kong als spekulation wir haben schon die gremlins als spekulation und wenn jetzt noch jurassic park dazu kommt das wäre natürlich super also jurassic park ist auch ein film den kennt jeder der ist weltweit bekannt und ich weiß nicht inwieweit dass man man das darstellen kann in der achterbahn aber ich fände es auf jeden fall richtig cool aber wie gesagt alles nur spekulation ich habe euch die namen jetzt vorgelesen da draufstehen macht euch selber ein bild davon schreibt eure meinung dazu gerne in die kommentare ansonsten mache ich jetzt nämlich weiter mit dem nächsten bild und hier können wir einige bilder sehen ja die so ein bisschen an der wand lehnen auch hier musste ich wieder ein bisschen ranzoomen aber man kann alle bilder eigentlich noch ganz gut erkennen ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht und das große bild da ist ein mann drauf und das scheint wohl abraham lincoln zu sein der war ja mal von 1861 bis 1865 wenn mich nicht alles täuscht präsident der vereinigten staaten gibt einfach mal im internet abraham lincoln das sieht ja täuschend ähnlich aus deswegen gehe ich stark davon aus dass das abraham lincoln ist ich denke aber dass diese bilder keine große in der acht keine große rolle in der achterbahn selber spielen werden sondern mehr während der warteschlange irgendwo aufgehängt sind einfach als thematisierung dass man da durchläuft eine sache habe ich noch die die strecke betrifft danach haben wir noch ein bisschen was für die warteschlange und zwar könnte hier einige gitarren sehen und ganz viele kisten von dem moviepark germany studios und manuel prosotowicz hat ja auch schon im interview gesagt mit right review dass man ja das orchester die haben ja extra ein soundtrack für die achterbahn aufgenommen wird und dass der auch integriert werden soll und dass man wohl durch so ein aufnahmestudio durchfährt also wenn da so ein orchester sitzen würde und das ist ein bild hiervon das ist eigentlich relativ klar man kann die gitarren sehen das wird dieser große tonraum wo man durchfährt und dann wahrscheinlich der soundtrack nochmal in seiner epischsten phase gerade läuft und vielleicht am ende dann nochmal irgendwie kann ich mir vorstellen dass man am ende nochmal durchfährt es kann aber natürlich auch während der strecke sein oder vielleicht sogar auf dieser 360 grad drehplattform auf jeden fall werden wir auch eine szene haben die mit dem soundtrack an sich zu tun haben wird jetzt habe ich noch ein bild für euch ja das ist relativ nichts sagen ich denke mal man wird an der warteschlange da vorbeilaufen wir können hier ganz viele masken ganz viele figuren sind also quasi das was hinter den kulissen alles passiert und das ist ja auch das ziel davon dass man den leuten zeigt was passiert hinter den kulissen man ist ja auf einer studio tour also man begutachtet tour man lernt so ein bisschen den background auch kennen und hier können wir ganz viele objekte und masken sehen was so was halt typisch ist für den film sag ich mal was man halt aber während des films nicht mitkriegt sondern nur wenn man seine backstage tour macht und ich gehe stark davon aus dass die warteschlange wirklich stark thematisiert wird und sich sehr auf diese backstage einblicke fokussieren wird ja ein bild habe ich noch am ende für euch das ist jetzt ein regal auch wieder mit filmrollen drin und seiner klappe an der seite ich denke wie gesagt dass sich das ganze dann während der warteschlange wieder finden lässt da werde ich euch aber dann auch sobald die achterbahn bzw der moviepark germany auf hat wieder was vom berichten es wird auch aus der warteschlange videos geben und hoffentlich wird es auch ein onride geben dafür brauchen aber eine genehmigung vom moviepark germany also kann ich euch da noch nichts versprechen was ich sehr cool finde ist dass das mit dem king kong jetzt noch mal aufgefloppt ist also dass man da auf jeden fall noch mal ein indiz hat dass wir einige filmrollen haben mit filmtiteln da drauf dass es da vielleicht eine spekulation wird und dass wir mal einen einblick in so eine szene bekommen haben das fand ich auch sehr gut ansonsten bin ich jetzt auch durch mit den bildern und das ganze war es auch schon wieder ich hoffe das video hat euch gefallen schreibt gerne eure meinung in die kommentare was denkt ihr wird es wirklich einen king kong geben wird es der king kong aus dem phantasialand wird es vielleicht sogar indiana jones das könnte ja auch indiana jones sein das habe ich jetzt auch gar nicht gesagt im video also schreibt eure meinung gerne in die kommentare ansonsten bedanke ich mich fürs zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen tag wir sehen uns beim nächsten video macht's gut bis dahin